Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Marktüberblick von Tradingportal.net. Der DAX startet verspätet in den Monat Mai hinein. Feiertag in Europa. In den USA wurde hingegen gehandelt. Gestern gab es auch die Notenbanksetzung der amerikanischen Fed. Und ja, Zinssenkungsfantasien wurden nicht wirklich bestätigt. Und so schlossen die amerikanischen Börsen etwas schwächer. Hier, es bleibt abzuworten, wie der DAX dies nun aufgreifen wird, heute im regulären Handel. Der Future war teilweise schon deutlich schwächer, der 8 Uhr Future wieder etwas fester. Es bleibt wirklich abzuworten, wie wir wirklich 9 Uhr dann in den Handel starten werden. Ich habe euch hier nochmal die Sicht aus dem Wochenausblick parat. Wir haben hier die letzten 10 Phasen Mai bis September, wo die Börsen weiß, das habe ich euch darunter geschrieben. Es gab eigentlich immer wieder, selbst in der Rekordhösse hier, einen signifikanten Rücksetzer in dieser Phase zwischen Mai und September. Wird es auch diesmal der Fall sein, wenn ich hier so das Mittel so wähle, könnte man mit einem Rücksetzer von 10% rechnen. Dann wäre mal wieder deutlich an die 11.000 gerutscht. Mal schauen, es bleibt abzuworten. Wie gesagt, Mai bis September, Salome ist durchaus nicht aus der Luft gegriffen. Es gab immer einen deutlichen Rücksetzer, auch wenn die Spanne Mai, September nicht immer genau gepasst hat. Manchmal wurde im Mai noch ein weiterer Hochpunkt gesetzt. Rücksetzerphase kam später und im September kam nicht immer direkt schon die Umkehr, manchmal etwas früher, manchmal etwas später. Aber im Groben und Ganzen war es eine Zeit, wo selbst in einer bullischen Hochphase ein großer Rücksetzer anstand. Mal schauen, ob es auch diesmal der Fall sein kann. Dann blicken wir auf unser Chartbild im DAX Monatschart. Hier ist der Zentra-DAX. Wir warten nun auf den ersten Kurs, wie hier reinkommen könnte. 8 Uhr Future wieder fester. Davor die Future waren deutlich schwächer. Es bleibt wirklich abzuworten. Wir haben hier den DAX weiterhin in der wichtigen Widerstandszone zwischen 61.8.3.3.30. Dann haben wir das mittlere Boninger und dann knapp oberhalb der 2.20. Drüber noch die 2.50 zu nennen. Also diese Zone ist entscheidend. Kann der DAX einen Inside-Monat hinlegen, als er eine Kerze innerhalb des Vormonats ausbildet, dass er nicht mehr ein neues Hochsehen über die 3.80, dann könnte die Spanne Richtung nächster wichtiger Supportzone 11.930, 11.850 eröffnet werden. Das wird man hier eine Kerze daneben ausbilden. Und dann wird es sich zeigen, ob dann nach dem Mai ein Bruch dieser Zone anstehen könnte und eine doch eine stärkere Konsolidierungsbewegung einsetzt. Bleiben wir oder öffnen wir direkt oberhalb der 3.30, dann könnte für den DAX wirklich nochmal ein grüner Mai bevorstehen, dass man sogar Richtung 12.800 steigen könnte, übergeordnet oder sogar die 13.000 anvisiert. Wo da die US-Börsen stehen werden, bleibt wirklich dann abzuworten. Die durften ja nochmal ordentlich drauflegen in ihrer Rallye-Bewegung. Diese Phase ist, wie gesagt, noch offen. Die ersten Kursen 9 Uhr werden interessant. 3.30, 2.50, 2.20 ist die wichtige Zone. Heute erneut oberhalb, wie gesagt, übergeordneten Aufstiegschancen. Bruch darunter würde sprechen, dass wir in eine Konsolidierungsphase im Mai übergehen, Richtung 11.850 oberhalb. Könnte eben der Mai durchaus noch grün ausfallen. Gucken wir in den DAX-Wochen-Short hinein. Aktuell DAX-Wochen-Katz bis Dienstag. Wichtig ist eben auch der SM100 zu nennen. Und bei 2.50 verläuft er knapp. Darunter eben auch der Abwärtstrend, welcher heute Richtung, ja, knapp unter der 2.50, Richtung 2.20 sich bewegt. Passend auch zum mittleren Boninger Band im Monatschort. Also 2.50, 2.20 ist schon eine wichtige Zone. Wenn die, wenn man diese wieder durchbrechen kann, wieder in den Abwärtstrend hineintaucht, wäre das eben auch eine Bestätigung, dass wir hier runterlaufen könnten, Richtung 11.850. Auch der ehemalte 200-Wochen-Short dann verläuft aktuell bei 11.840. Denn dann wäre diese Bewegung wirklich eröffnet, wenn man dann wieder reintaucht in den Abwärtstrend. Unter die 2.50, unter die 2.20 wäre diese Bewegung sehr wahrscheinlich. Preilen wir hingegen immer wieder ab, ist es eben wahrscheinlich, dass wir nach oben weiter marschieren werden. Nächste Marken wären die 3.90, die 4.60, die 5.50. Zone hier weiter wichtig, bisher nicht durchbrochen. Es wird halt auch abzuworten, wie die US-Börsen heute weiter reagieren. Gestern gab es spät noch einen Abverkauf nach der Fed. Folgt heute die Fortsetzung, dann wird der DAX Schwierigkeiten haben, das Niveau zu verteidigen. Gut, blicken wir noch in den DAX-Stunden-Short hinein. Hier ist auch der Aufwärtstrend von 2019 zu erkennen. Das ist hier der Future hingegen. Der Future hat schon mal deutliche Schwäche gezeigt. Das war doch deutlich ohne die 3.00 gerutscht. Nun wieder fester. Aber es bleibt wirklich ab sofort um die 9 Uhr starten. In den letzten Tagen hat der DAX sich auch immer wieder hier am SMA 200 entlang gehandelt. Hangelt im Stundenschutz immer wieder verteidigt. Diese Zone hier bei knapp 3.20. 3.25 könnte auch ein erster wichtiger Support sein. Darunter der Aufwärtstrend verläuft heute bei knapp 2.85. Wir als weitere Marken zu nennen. Darunter eben die 2.50 und die 2.20. Ein Rücklauf hier in den Aufwärtstrend von 2019. Nein, erste Eintrübung. Denn kurz danach folgt bereits auch das Eintauchen wieder in den Abwärtstrend aus 2018. Und das, wie gesagt, würde dann eben die Chance eröffnen, dass wir dann, falls wir wieder hier reinbrechen, diesen Trend kann auch wieder mal nach unten durchlaufen. Ihr könnt ja auch gut erkennen, die Unterkante verläuft in den nächsten Wochen Richtung 11.850. Passt eben auch gut zu der übergeordneten Supportzone. Wenn wir wirklich reinbrechen wieder, dass wir den dann im SIGSZAK durchlaufen könnten und unten die Zone bei 11.850 antesten. Aber falls wir weiterhin die verteidigen, wir hangeln uns ja hier an der Oberkante entlang, ohne reinzubrechen, falls wir diese weiter verteidigen. 2.50, 12.85, 3.20 sind eben weitere kleine Hochpunkte. Wahrscheinlich über die 3.90, die 4.60 wäre dann zu nennen. Und dann auch die 5.50. Heute als erste Spanne. Bleibt im Abschluss, wie wir reinkommen. Das ist ganz schwer zu sagen. Nach dem Feiertag. Wir haben bei 3.50 einen Widerstand, bei 3.25 eine Markung, und bei 2.85, es kann gut sein, dass man erstmals in dieser Zone aufhält, halten, 3.50, 3.25, 2.85, hier genau in diesem Bereich. Und dann bleibt der Abschluss, ob wir doch wieder reinrutschen hier und das den späten oder den frühen Future nachbilden werden, das bleibt Abschluss, dann wird die Zone 2.50, 2.20 sehr wichtig werden. Das wäre dann ein sehr wichtiger Tagessupport, der dann für eine übergeordnete Eintrübung aussorgen könnte. Oberhalb der 3.50 hingegen geht es Richtung 3.90 und darüber könnte es sogar noch an Spike Richtung 4.60 anstehen. Es bleibt wirklich abzuwarten, wie wir hineinkommen in den Tag, der Cetra-Handel startet und dann vor allem, wie die US-Bürsen nach der gestrigen, bärischen Reaktion auf die FED, heute reagieren wir an Anstoßverkäufe, dann wird der DAX Probleme haben, hier weiter entlang zu hangeln, dann könnte er hineinrutschen. Und wenn er wieder hineinrutscht in diesen Trendkanal, dann muss man eben davon ausgehen, das mal übergeordnet im zigzag-Modus Richtung dieser 11.850, die hier im Stunden-Shot ein wichtiger Support darstellen und eben auch im übergeordneten Bild Wochen- und Monats-Shot. Gut, wir sehen uns dann gleich im Trading-Shot auf tradingportal.net und schauen dann mal, wie der reguläre Handel starten kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und zu hören und bis gleich. Ciao. Ciao.